so da haben wir wieder was grünes aufleuchten hier bisschen gesundheit und da haben wir die gesundheit jetzt auch voll gucken was es hier noch gibt in der ecke hier aber da ist noch was guck mal an so von da kamen wir den mal umlegen aber brauchen wir nicht hier ist kein gegner hier ist auch noch was jetzt sind wir mehr als voll die noch mal gerade fertig gemacht ist es nicht schön das film wohl winter all unsere hilfreiche magie ruiniert während neue schrecken einfach so gedeihen wie aufs stichwort hinter dir bruder wir klettern gut da ist immer ein bisschen schwierig jetzt hier wieder die auf schleudern willst ja mit dreieck so ein bisschen schwieriger sehr wenn die gegner in den rücken kommen naja und das nächste bild ist hinter dir vorsicht hier sind noch etwas da ist etwas hier kommen wahrscheinlich nicht weiter genau dann müssen wir das an der mauer nehmen hier blutvergießen ist nichts neues für mich aber so viel davon an einem morgen so geht hoch ich wollte die mauer aufreißen was ist das jetzt hier ein pferd oder was Ein Hirscher! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden. Werf ihn, erzlichen Werk! Keine Hörner leuchten. Vielleicht eine Schwachstelle. Werf nicht! Ordner, Ätler! Werf nicht aus! Wohlverhältst du! Ja, das wird langsam gefährlich. Ich hoffe, er regeneriert sich. Von alleine irgendwie. Ich muss hier durchhalten. Da hat sie mich erwischt. Gleich nochmal. Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Ja! Du bist so tief! Oh! 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 Dein Schild ist kaputt, Bruder. Bleib einfach in Bewegung, ja? Los, komm! Weich doch mal aus hier! Nein! Ein perf�만. Oh! Er wurde weiterm neighbourから. Sie clean! Nein! Ich behalte mich! Wir sagen los. Das ist mein Geist. Das ist mein Geist. Hälfte Seite, Kratos! Nicht schon wieder. Los, komm jetzt hier! So. Guck mal, was wir hier haben. Schöne leuchtende Farben hier, ne? Das war jetzt ein ununmögliches Material, die in den Zorn, der Flamme und die Härte des Eisens inwohnen. Okay. So. Rot und Grün, das weiß ich ja. Lila. Das ist auch ein leichter Ruinangriff, okay. Juwelen gehen gerade zugänglichen oder schweren Ruinangriffen. Sie werden an seinen Waffen gebunden. Okay. Da haben wir es auch schon. Wir können nichts anderes auswählen. Also müssen wir das nehmen. Okay. Den. Den. Aha. Okay. Der Eis! Schild können wir jetzt auch auswählen. Das war's. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Jetzt können wir endlich hoch. Brauchen wir gar nicht, oder? Ich frage mich, wo es jetzt weitergeht. Irgendwo. Ach so. Jetzt. Ah, jetzt. Okay. Falsche Waffe ausgewählt. Der Schild, den Mutter, die gab. Thor hat ihn beschädigt. Aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht später. Komm. Hier können wir rein. Naja. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden? Über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel besitzt ihre Hälfte. Die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja. Wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Wenn ich da runterspringe, bin ich bestimmt tot, ne? Da kann ich gar nicht runter, okay. Da geht's also lang, okay. Tja, die ungestützte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. So. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Im Wurzelverzimmer, das war alles. Selbst Stein. Ach, ich verstehe. Wir gehen jetzt da. Hinunter. Denn da haben wir nämlich etwas runterplumpsen lassen. Und das holen wir uns jetzt wieder. Wenn wir natürlich hier hinkommen. Woher weißt du immer, wie man die findet? Weiter kommen wir nicht. Können wir nicht hochspringen? Okay. Das soll sie helfen. Na also, los! Hier geht es irgendwie nochmal weiter, ne? Schau zu. Oh, das ist neu. Ja. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. So, so. Die Wölfe jagen Sonne und Mond. Atreus. Seht ihr? Hatte hat nichts zu jagen. Und da heißt es beim Himmelsraub, gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit hundert Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie ein Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr. Wenn er zu Ragnarök da ist, heißt das, dass er am Leben sein muss. Oder? Mimir. Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir. Dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte. Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Hier rein? Ja. Ja. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötenheim? Nein. Das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein. Bei wie vielen warst du? Äh, also... Bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Wir. Äh, Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Okay. Okay. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfain. Das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tier ist also ein Svartalfheim. In einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. So, so. Junge, selbst wenn wir nach Tier suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Hm. Der Boden sieht hier rissig aus. Weißt du noch, unser erster Treukampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. So, so. Ich muss jetzt dahin, wo er ist. Ich muss hoch. Aha, guck mal. Ah, wir zerstören wieder Dinge für Spaß und für Profit. Herrlich. Warte mal, gibt es hier noch irgendwas? Das ist ja hier. Opa. Was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Täuber, links! Für ihn, Sie denn? Hey! Hey! Let's move weiter. Hey! 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 Oh, komm, Mann. Ja, das ist Kacke, ne? Immer dieses Nachladen auf Dreieck. Und dann haut ihr mir in den Rücken rein, ja? Egal, dafür werden die jetzt sterben. Keine Gnade. Okay, das zweite Mal jetzt gestorben, bei so einer leichten Sache hier. Gut, wenn ihr es wollt. Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. So, haben wir noch etwas hier? Nee, von da kaum war. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel netzliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf, endgültig. Klasse. Du wirst dich nicht bereuen. Oh, was haben wir denn hier? Wir sind jetzt zu Hause. Kratos! Hier drüben! Sentry! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Äh, ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht. Und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Nach euch, meine Freunde. Nach dem Vorfall mit Tor haben wir ein paar Räume für euch. Nach dem Vorfall mit Tor. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau... Sintriss Haus. Großartig, Sintriss. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Kommt rein. Kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut. Die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat... Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen und Tieren zu reisen. Das große und stark schon. Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst deinen Weg? Ja, tu ich. Aber es... Aber es ist bloß da... Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz bestimmtes deine Hilfe brauchen. Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Ja. Nicht so schnell. Da ist er. Den kennen wir ja schon. Wie ist das reingekommen? Vom anderen Teil. Was bei Hill ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smeeders Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt. Besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey. Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheißer mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig.